So moin moin, die Ereignisse überschlagen sich. Es gibt zurzeit eine Auseinandersetzung zwischen dem YouTuber ABK und Simon Unge. Wir werden dieses Video unterteilen in zwei Parts. Und zwar im ersten Part werde ich darauf eingehen, was alles jetzt passiert ist. Und im zweiten Part werde ich nochmal selber was dazu sagen. Zu dieser Auseinandersetzung gibt es natürlich auch schon eine Resonanz der Community. Die Community insgesamt, also die ABK Army oder auch die Unge Army, wenn man so möchte. Die Communities, die finden es unterm Strich wirklich schade, dass diese Freundschaft so zerbrochen ist. Und ich glaube, so wie es auch mir bei dieser Auseinandersetzung geht, so geht es auch vielen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich kenne ABK und Unge halt als außenstehende Person im Wesentlichen. Und beide finde ich auf ihre eigene Art und Weise auch sympathisch. Ich teile nicht alles, was ABK sagt. Ich teile auch nicht alles, was Unge sagt. Aber die Freundschaft der beiden hat mir als Zuschauer im Wesentlichen auch gut gefallen und auch als YouTube-Kollege. So, was ist passiert? ABK und Unge kannten sich im Wesentlichen auch nur durch das Internet. Unge hat ABK auf die Insel nach Madeira eingeladen. Beide haben sich getroffen, beide haben sich verstanden, beide haben auch zusammen Videos gemacht. Beide haben viel zusammen privat auch unternommen. Nun allerdings ist der Kontakt zwischen ABK und Unge immer wieder, immer mehr zurückgegangen. Dann hat es ein Gespräch zwischen KuchenTV und Unge gegeben. Bei dem Interviewformat von KuchenTV hat sich Unge aus Sicht von ABK ihm gegenüber abwertend geäußert. Hierzu muss man allerdings auch wissen, dass ABK und KuchenTV auch in einer aktuellen Auseinandersetzung zueinander stehen. Die Situation ist immer weiter hochgekocht. Zuvor hat Unge, ABK, seinen Playbutton, also den Playbutton von ABK für 7000 Euro abgekauft. ABK hat den Playbutton ihm nicht geschickt. Und daraus wurde dann irgendwie eine Streitfrage. ABK wiederum hat dann gesagt, er hatte großes Vor quasi mit der Übergabe des Playbuttons. Unge sagt, ja, es ist nie was passiert. Also da gab es halt aus Kleinigkeiten ist eine wirkliche Streitfrage entstanden. Denn ABK hat dann sogar im Video selber 7000 Euro Unge wieder zurück überwiesen. Und Unge hat dann in seinem Antwortvideo gesagt, er hätte, die 7000 Euro sind ihm relativ egal. Es ging ihm ums Prinzip. So er könnte sich ohne jetzt vermessen oder überheblich zu klingen, er könnte sich tausend solcher Playbuttons kaufen. Also da seht ihr, die Situation spitzt sich weiter zu. Wir haben jetzt gerade das letzte Video von ABK. Hieß, Unge hat mich verkauft. Ich finde das hinterhältig, sorry, in Klammern meine Meinung. Daraufhin hat Unge nur Stunden später geantwortet mit einem eigenen One-Take-Video mit dem Titel ABK. Warum machst du diese? Ich finde das Hinto. Es ist genug, Safi. Im Vorfeld hat ABK versucht, seine ABK-Army, seine Zuschauer zu mobilisieren. Er hat auf Insta folgendes geschrieben. Start, die ABK-Army wird jetzt gefiltert. Verräter werden ausgemistet. Es bleiben nur die Loyalen. Und dann hat er weiter geschrieben, ABK-Army, seid ihr bereit für den Krieg, will nur noch stramme Soldaten sehen. Der Rest zur Seite. Und dann schrieb er weiter, Soldaten der ABK-Army, ihr müsst euch kurz gedulden. Gleich ist es soweit. Ich treffe eben noch einige Vorbereitungen. Und dann kam halt das Video von ABK gegen Unge. Unge hat dann in seinem Antwort-Video davon gesprochen, dass er ABK wirklich ins Herz geschlossen hätte. Allerdings, dass er sich verraten gefühlt hat, weil ABK private Nachrichten, also private WhatsApp-Nachrichten, private WhatsApp-Sprachmemos in seinem Video veröffentlicht hatte. Und dass Unge jetzt daraus die Konsequenz sieht und keine neuen Freundschaften mehr aufbauen möchte. Hier sind einfach Dinge passiert, die überhaupt nicht klar gehen. Und was allerdings das Traurigste ist, ist einfach, dass diese Freundschaft zerstört ist. Und jetzt gerade gehen halt die Dislikes hin und her bei den Videos. Ich meine, solange man noch disliken kann, soll man ruhig nur disliken. Aber momentan geht es halt noch gut ab. Im Wesentlichen gibt es keine großen Shitstorms oder so, was man glauben könnte bei diesen Videos. Im Wesentlichen sind die Leute traurig, dass das Ganze ein Ende hat, dass diese Freundschaft vorbei ist. So, das ist halt das meiste, was du jetzt an Kommentaren quasi kriegst. Die Freundschaft, die wurde halt wirklich gefeiert von den Leuten. Und die Leute sehen jetzt, dass diese Freundschaft zerbröckelt ist, dass diese Freundschaft kaputt gegangen ist. Und das macht sie alle traurig. Und dann kommen natürlich auch, kommen natürlich noch die Videos dazu. Im letzten Segment von dem ABK-Video, das war auch eine sehr, sehr traurige Passage, die ABK da veröffentlicht hatte. Das hat dann auch, auch mich als Zuschauer, dann auch ziemlich nachdenklich zurückgelassen, schlussendlich. Und man hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das von irgendeiner Seite gestellt ist. So, es sind halt andere Grundlagen gewesen, andere Nenner gewesen. So, Unger hatte seine Position, ABK hat seine Position. ABK hat, meine ich, ein authentisches Video gemacht. Unger hat, meine ich, ein authentisches Video gemacht. Beide haben ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Und kommunikativ, eine absolute Katastrophe, was hier passiert ist. Und die Sache, wir haben es jetzt im Wesentlichen auch gar nicht mit objektiven Fakten zu tun. Wir haben es jetzt mit subjektiven Gefühlen zu tun. Darum geht es in dieser Auseinandersetzung im Wesentlichen. Man fühlt sich verraten auf beiden Seiten so. ABK hat das Gefühl, dass Unge ihn verraten hat durch dieses Interview mit KuchenTV. Und auf der anderen Seite hat Unge das Gefühl, dass ABK ihn verraten hat durch das Veröffentlichen dieser WhatsApp-Nachrichten. Das eine hat einfach zum anderen geführt, ohne das eine mit dem anderen nun rechtfertigen zu wollen. Und das mit dieser ABK-Army, das muss man nicht ernster nehmen, als es unbedingt erforderlich ist. Also, die sind ja eigentlich auch ganz nett. Ich kann da aus meiner, aus meinem Nähkästchen auch noch eine kleine Anekdote raushauen. Das war mit MrTrashpack auf der Gamescom. Damals gab es auch eine Auseinandersetzung zwischen ABK und MrTrashpack. Also, ABK hat Videos gegen, oder hat ein Video gegen MrTrashpack gemacht. Hat ihn als Hinto bezeichnet. Und dann waren MrTrashpack und ich auf der Gamescom, der war ein bisschen weiter weg. Und dann kamen halt, ich sag mal, ein paar Leute von der ABK-Army auf mich zu, die mich für MrTrashpack gehalten haben. Und haben dann gefragt, du bist du MrTrashpack? Und dann hab ich gesagt, ne, ne, der steht da ein bisschen weiter. Da hab ich dann auf MrTrashpack gezeigt. Und dann haben die, okay, dankeschön. Und dann sind die dort hin und haben dann MrTrashpack genervt. Aber das war schon, es war halt irgendwie auch witzig. Es war halt, und haben ihn halt so, ey, du bist ein Hinto. Es war, ja, Herrgott, nochmal. Und vielleicht nochmal zu Unge, nur weil die eine Freundschaft zerbrochen ist. Auch wenn es noch so hart ist, muss man nicht grundsätzlich sagen, man verzichtet auf neue Freundschaften. So, natürlich macht das Sinn. Natürlich ist es schön, wenn man seinen Freundeskreis erhält. Wenn man die Leute, die einem nahestehen, quasi, wenn man dafür sorgt, dass die einem auch in jeglicher Hinsicht erhalten bleiben. So, das ist traumhaft. Und wenn dann mal neue Leute dazu kommen, wo die Chemie passt, wo man mit den Leuten klarkommt, ist das auch super. So, also, nur weil die eine Freundschaft, auch wenn es noch so hart ist, zerbrochen ist, braucht man sich nicht neuen Freundschaften grundsätzlich zu verschließen. So etwas ergibt sich dann schlussendlich so. Aber ich glaube, das ist jetzt dann auch eher eine Aussage, die er auch im Eifer des Gefechts getroffen hat. Vielleicht, wenn er da ein, zwei Nächte drüber schläft, drüber nachdenkt, dann wird er das vielleicht zumindest auch ein bisschen anders sehen. Weil das, man muss da auch dann nicht komplett abgeschottet leben, sag ich jetzt mal. So viel jedenfalls hierzu. Das ist meine Sichtweise der Dinge. Ich finde es im Wesentlichen schade, dass diese Freundschaft zerbrochen ist. Das ist jetzt die kurze Zusammenfassung dieser Auseinandersetzung. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime!